Hallo und herzlich willkommen zu einer Wunde Rage Mode. Ja, es geht wieder los mit Rage Mode. Ich freue mich schon voll. Ura! Goll. Ach Mensch. Wie bringe ich mich hier an. Ah, jetzt von hinten. Wuh dialbuier vewie. Und dir. Masch. Lieber puier in 10 Jahren. ¡Kluehe mit Berschausten! Böse, böse... Also, die Karte ist irgendwie richtig scheiße. Wir sind ja alle auf dem kleinsten Raum verteilt. Nee, 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 das gibt's doch nicht hier. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hilfe, ich will doch nicht sterben. Hm. Boah, ich bin der Letzter jetzt. Das kann doch nie wahr sein. Ja, ja, so geht's. Ach, also wenn so viele spielen, auf dieser kleinen Karte ist es richtig übel. Weil du weichst einen aus, dann kommt schon der Nächste. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ah, das kann doch nicht wahr sein. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Ich bin so ein schlechter Baumschützer. Oh Gott. Mensch. Ja, das war eine Runde Rage. Ich bin völlig kaputt von der Runde. Ich bin vorletzter, nicht letzter. Hurra. Das hat mich gekillt. Irgendwann mal. Glaube ich. Wenn nicht. Bis trotzdem schuld, dass ich verloren habe. Okay. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche ihr. Boah, ich hoffe ihr seid am nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschu tschu.